Nochmal so ganz aktuell, diese, diese, bei mir ist wirklich Corona Oberkante, Unterkante, also ich kann das wirklich überhaupt nicht mehr hören. Ich kann auch die Worte dazu nicht mehr hören, also wenn ich schon das Wort Inzidenzwert höre oder Mutation oder Lockdown, da kriege ich schon Brech, wirklich Brechreiz. Also bei mir ist wirklich, jetzt ist das jetzt über ein Jahr und bei mir ist jetzt Sense. Ich habe auf dieses Thema keinen Bock mehr. Das heißt nicht, dass ich nicht weiter für die Freiheit kämpfe, ganz im Gegenteil. Ich mache das, indem ich zum Beispiel die Menschen, die sich für die Freiheit einsetzen, stärke. Ja, das, was ich jetzt hier mache, ist auch euch, ich möchte euch stärken. Ja, und diese Nachrichten könnt ihr euch schenken. Ja, ich gucke natürlich auch auf mein Handy, um mir die Headlines anzugucken. Das genügt mir aber. Ich lese, die Artikel lese ich nicht mehr. Ja, die Nachrichten schaue ich mir nicht mehr an. Ich gucke mir die Headlines an, damit ich weiß, was als nächstes beschlossen wird. Also, das muss man ja wissen. Impfpflicht, rausgehen, reingehen, Maske, Kopfbedeckung, Schutzanzug, egal was für Ideen die kommen. Ich lese einfach die Überschrift. Ja, und wenn ich denke, oh, das ist wichtig, das musst du wissen, dann lese ich weiter. Den Rest lasse ich sofort weg. Ich konsumiere das nicht mehr, weil es für mich keinen Sinn ergibt. Die labern einfach Scheiße. Die labern am laufenden Band Scheiße, die mir nichts bringt. Die bringt mich nicht weiter. Ja, das bringt mich nicht weiter, weil ich das Wissen zu dem Virus, zu der Krankheit, das habe ich. Für mich gibt es da keine Neuerung. Heißt das jetzt B71218 oder CDAF irgendwas? Das interessiert mich nicht, solange ich nicht irgendwo lese, also authentisch lese, dass jetzt eine Mutation entsteht, die uns alle zu Zombies macht. So lange interessiert mich das nicht, weil ich weiß bereits alles über dieses Thema. Ja. Ich kann mein Wissen da eigentlich nicht mehren, es sei denn, ich würde mich mit einem Virologen unterhalten. Das interessiert mich jetzt aber nicht, weil die wichtigen Dinge, die weiß ich. Ja. Und deshalb muss irgendwann Feierabend sein, weil sonst wird man krank. Ja. Also es ist auch so, natürlich, man hat Angst. Die beschließende Impfpflicht, vielleicht sperren sie dich im eigenen Land ein, da kommt der Sozialismus, Superkontrollstaat, kann alles sein. Aber man kann nur in einem gewissen Sinne, in einem gewissen Bereich etwas tun. Ich tue das. Ich habe 112.000 Follower bei Facebook. Ja. Ich kommentiere regelmäßig immer noch unter vielen Seiten, wo meine Kommentare mehr Likes bekommen als der Artikel. Ja. Also, und viele Leute dann auf meine Seite kommen, mir folgen, das bestätigen, was ich denke, was ich sage. Also, das mache ich ja immer noch so. Aber alles Weitere, diese weitere Beschäftigung damit, die macht keinen Sinn. Man kann das ja ohnehin nicht verhindern. Ja. Man kann nur tun, was man tun kann. Mehr kann man nicht tun. Punkt. Und wenn du das getan hast, ja, also du hast deine Meinung gesagt, hast eine Partei gewählt, hast einen Brief geschrieben, hast dem Nachbarn gesagt, der soll sich ficken mit seiner Maske oder ich weiß keine Ahnung, was du gemacht hast. Oder du warst demonstrieren oder hast gespendet oder so. Und dann ist aber auch wieder dein Leben. Ja. Und dein Leben besteht nicht aus Corona. Es sei denn, du willst es. Ja. Wenn du willst, dass dein Leben aus den Nachrichten besteht, aus ständigen Updates über Inzidenzwerte, so, dann hast du das auch mit so entschieden. Natürlich bist du nicht wirklich zu 100 Prozent schuld, weil du das ja praktisch oben eingetrichtert bekommst. Aber du hast eine Möglichkeit, dich zu wehren. Und ich rate euch, lest euch die Überschrift durch von wichtigen Sachen, einen Ticker oder irgendwas, damit ihr informiert seid. Könnt ihr einmal am Tag machen, eine Minute und den Rest, also noch nicht mal, es langt eigentlich auch alle zwei, drei Tage. Und den Rest rate ich euch, ne, schaltet das Fernsehen aus. Macht es aus. Ja. Ich sag nicht, macht Unterhaltungssendungen aus. Ich komme ja selber aus der Unterhaltungsbranche. Ja. Wenn ihr was im Unterhaltungssektor gucken wollt und ihr das schön findet und euch das ablenkt, dann macht das. Aber Nachrichten beziehungsweise Talkshows, alles was Boulevard ist, wo immer, also ich hab jetzt zum Beispiel letzt die Zeitung aufgeschlagen, da sind nur noch Leute mit Maske. Die Leute lassen sich alle nur noch mit Maske fotografieren, weil sie sonst denken, ne, irgendwelche Fotos von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Ämtern arbeiten. Alles ist mit Maske, mit Maske. So, ich kann die Masken einfach nicht mehr sehen. Ich kann die Leute in ihren Autos mit den Masken nicht mehr sehen. Die alleine auf der Straße rumlaufen mit den Masken. Ich kann die Leute nicht hören. Die schreien, äh, wir wollen eine Impfpflicht und, ähm, keine Ahnung. Ich kann das alles nicht mehr hören. Bei mir ist, dabei ist Feierabend. So, ne. Und wenn ich draußen bin, in der Natur, da seh ich, wenn ich Glück hab, seh ich keine Maske. Manchmal sehe ich ja nicht auf dem Boden rumliegen. So, aber ihr wisst, was ich meine, ne. Geht raus, holt euch die Kraft draußen, sorgt selber dafür, dass ihr gesund seid. Verlasst euch nicht auf eine Frau Merkel, einen Herr Spahn, einen Herr Söder. Die machen euch nicht gesund. Ihr seid denen egal. Ihr seid denen zu 100% egal. Wenn ihr irgendeine Krankheit bekommt, ist denen das zu 100% egal. Das Einzige, was die interessiert, ist ihr Posten und dass die Leute gut über sie reden, ja. Was anderes interessiert die nicht, so, ja. So, und ich möchte euch gerne etwas geben. So, das ist jetzt auch der Grund, warum ich heute jetzt kein Playstation, äh, gespielt hab. Kommt, kommt alles noch, ja. Ähm, ich möchte euch etwas Wichtiges geben, weil ihr mir etwas Wichtiges gebt, nämlich eure Aufmerksamkeit, ja. Und ich möchte die Aufmerksamkeit der Menschen nicht sinnlos verschwenden. Das ist auch der Grund, warum ich bei den Superhändlern so war, wie ich da war. Ich wusste, das ist eine Unterhaltungssendung, aber ich wollte den Leuten etwas geben für ihre Zeit, die sie investieren. Und zwar maximale Unterhaltung, maximale Information, maximales Entertainment, maximal viel Spaß, maximal viel Benefit. Und das ist auch der Grund, das ist ja vermutlich so, das darf ich einfach sagen, dass ich von all denen der Erfolgreichste war. Weil ich das begriffen habe, dass die Zeit der Menschen wertvoll ist. Und wenn die sich meine Fresse anschauen, dann will ich ihre Zeit nicht verschwenden, so. Und ich will auch eure Zeit nicht verschwenden, ja. Aber klar, es sind natürlich auch Leute dabei, die sagen, nee, will ich nicht für was anderes gucken. Jeder ist frei, jeder kann gucken, was er will. Aber wenn ihr bei mir seid, dann könnt ihr davon ausgehen, dass mir ist nichts egal, ja. Ich lüge euch nicht an. Ich möchte einfach, dass Menschen, die mir folgen oder die mich gut finden, dass ich denen etwas zurückgeben kann, was mir wirklich etwas bedeutet.